Ja, die liegt hier. Nein, bei mir ist die, bei mir ist die. Hinten links ist das Kapital. Ich bin Kapital. Na gut, machen wir's. Und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. In der Games kommen wir auch mit McManus, dem Sachsen, Kundran und Early Girl. Hallo. Hallöchen, live aus Köln. Okay, nice, das habe ich noch nie gehört. Ne, leider, geht es nicht. So. Aber das Early Girl habe ich noch nie gehört. Oh, Early Girl. Sag doch gar nicht Hallo. Ich glaube, er ist jetzt verleidig. Mal nett sein hier. Kriegt ihr alle nen Headshot. Mach ihr das Spiel alleine. Wollen wir da unsere Regel? Ja. Wollen wir noch ne Regel mit dazu nehmen? Ach so, ich hab mir mal ein, zwei Sachen überlegt. So generell Challenges, die wir vielleicht mal ausprobieren können. Was wäre, wenn wir einfach mal machen, dass wir ein komplettes Match jeder Rekrut spielen muss? Nein, das ist halt scheiße. Das ist ja keine Challenge, sondern halt, das ist ja eher was extra. Es sollte ja was, was im normalen Spielflow nicht stört. Nicht extra ein Setup ändern. Ja, dann sag mal Deins an. Alles geht los. Äh, wenn unsere Challenges, wer tot ist, redet nicht. Und, wer mit einem Charakter spielt, der Charakter ist dann für das Match tot. Ah, den darf er nicht mehr nehmen? Also, keiner darf den mehr nehmen. Wenn du jetzt mit Slash spielst, es sei denn, es ist kein Charakter mehr über, dann nimmst du wieder die, die halt gestorben sind. Also, pass auf, ich hab jetzt der Ash, ich sterbe, das heißt, keiner darf der Ash mehr. Richtig, weil er ist schon tot. Das find ich geil. Das find ich wirklich geil. Was sagst du jetzt, obwohl ich Schild hab, der? Hier, dann stirb halt nicht. Aber solche Sachen, das kann man mal in so einem extra Ding machen. Wenn wir Custom machen, könnte man zehn Leute neben Recruit machen. Ja, aber das ist ja dann, das ist ja dann wieder ausgeglichen. Hier wäre das ja schwer, weil die anderen spielen richtig Leute mit, mit irgendwelchen Fähigkeiten und wir haben dann alle Recruiter. Das ist eine richtige Herausforderung. Ja, auch keine Möglichkeit. Ja, der Recruit ist aber genauso stark wie jeder andere Operator, weil er zwei Granaten hat. Nein, ich mein das, was du sagst mit dem Operator ist tot. Ja, genau. Genau, das machen wir. Wenn wir jetzt Operator ist tot. Ja, Operator. Also nicht sterben bitte. Also sollte ich versuchen, hier zu echt am Leben zu halten. Ja. Versuch mal lieber Montagne und Sledge am Leben zu halten. Ich glaube, als Thermard sollte ich auch nicht sterben. Oben ist einer. Wir sind ja auch oben. Äh, läuft. Es gibt doch genug Operator, ne? Ich hab aber einen angeschossen. Wieviel gibt es? Äh, keine Ahnung. Zwölf, ne? Zwölf gibt es nicht mehr. Zwölf Operator. Also auch wenn die, äh, oben, äh, nur die Brüstung ist. Da rechts. Also für zwei Runden, also wir sind auf jeden Fall genug. Und da ist oben. Äh, wer steht denn hier? Hallo? Hier, ist da, ist markiert, ist markiert, ist markiert. Was haben wir verloren? Ledge. Ja, ist Ruhe. Warte, lass mich, geh weg. Geh jetzt, Alter. Ja, ist links, ist links, ist links. Komplett links. Link dran, links ist auch noch ein Fenster. Halt. Geht hier ans Fenster. Ich versuche abzulenken, ja, und den nicht. Halt, jetzt ist er wieder bei mir. Okay, danke. Okay. Hab ihn abgelenkt. Link dran, die haben Frost. Äh, achso, das war jetzt schon zu spät gewesen. Frost ist in einem Raum eingesperrt. Wir sind drin. Und zwar in dem hier. Hier ist Frost. Ja, mir gings bei... Wir haben Frost auch eher... Ja, okay. Halt, vor mir, Tino, vor mir. Aber gut, alles gut zu wissen. Da unten. Da. Halt, ne, da. Wo ich jetzt hinläufe, da. Was da? Oh shit. Was macht die denn? Haben wir angehittet. Okay, Frost ist noch bei mir, wie gesagt, in dem Raum. Und kommt dann nicht raus. Es sei denn, die schießt nicht ein Loch in die Wand. Okay. Wir müssen hoch. Ja. Aber noch zwei Minuten. Wir können irgendwie gar nicht so viel... Denk an die Fallen. Nicht einfach irgendwo hin stürmen. Ich bin hier hinten, Manu, das will nicht schießen. Ja. Weißt du, ob im Fahrstuhl was sitzt? Ne, ne? Ne, Fahrstuhl ist nix. Fahrstuhl kriegen? Okay. Mach hier mal auf! Äh, bei B. Hier. Oh, ich hab ja irgendwas zerstört. Ich bin bei B drin. Kann ich hinter dir die Falle legen? Äh, die Bombe? Stell ich mal direkt bitte vor die Tür, sagst du? An mir dranbleiben. Äh? Ja. Links von mir sind Schritte. Das ist jetzt nix gesehen. Ja, links von mir sind Schritte. Frost ist raus bei mir. Frost hat mich langer gegangen. Epp sich auf, epp sich auf. Hallo, du bist tot. Du bist Doc. Sorry. Das hab ich vergessen. Hab ich auch vergessen. Oh, boah, hier drüber rum. Ich konnte mal da wo richtig. Aber ich stand eh neben dir, wo du gestorben bist. Von daher, ich hab's eh gesehen. Wer ist gestorben bei uns? Ich bin damals gestorben. Capitano, oder? Zählt das noch? Capitano, Ash. Ja, wer tot ist, ist gestorben. Ja, ich lebe noch. Ash war am Leben. Turmine. 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 Aber weißt du, was richtig scheiße wird? Wenn Ruth stirbt. Ja, dann stirbt halt mal nicht. Dann muss ich mich jetzt mal einschließen gehen, in der Hoffnung, dass ihr das bisschen ... Wenn wir mit 1-0 gewinnen, dann ja. Ich hoffe nicht, dass wir Tresor sind. Tresor. 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 Jawoll. Tresor. 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 Mach doch mal Westen. Hier, die letzten Westen. Die letzten Westen. Die letzten Westen. Teilt es euch ein? Ja. Warum stehen die denn hier draußen mit dem Klopp? Drohne wurde versterkt. Ich sneak mich in die Garage. Also ich defgarage. Ich versuche mich da in so ein Auto zu setzen. Deine Drohne ist wieder rausgesprungen. Ich fände das die Drohne. Ich fände das die Drohne. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Müssen wir noch irgendwas? Zehn Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Noch fünf Sekunden. Problem, wer tot ist, darf auch nicht reden. Jetzt müssen wir an zwei Sachen denken. Bombe vom Gegner entdeckt. Ja gut, an das eine muss man ja nicht denken. Ja, aber ich hatte jetzt noch das, wer tot ist, darf nicht reden. Ja, ich kann ja. Ähm, ne, wer hat mich auch ... Kann hier jemand was durch aufmachen? Ja, kann ja. Weg da man doch! Aber wenn ich, wenn ich ... Ja, ich würd grad sagen. Und so. Die kommen nicht durch die Garage. Lol, Alter. Die kommen nicht durch die Garage. Nicht Garage? Ne, nicht durch die Garage. Wir müssen halt Porno sein. Feindsuche läuft. Wenn die, sag mal was über uns ist, glaub ich. Oh Quatsch. Warte mal, guck mal an der Tür hier. Findet ihr? Der Steps überm Fahrstuhl. Rona. Ist down. Ist down. Kommt da was? Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja, nix. Was? Äh, hinten. Da wo ... Was ist hinten? Markier bitte mal. Ja, kann ich nicht mehr. Ähm, da wo dieser ... Die andere Treppe ist. Ich glaub bei mir ... Irgendwie auch ... Über ... Über A ist das. Ne, über B. Über B. Ne, über A. Über A ist das. Ja, bei mir. Bei mir. Oh Pucke. Kannst ihr jetzt aufmachen? Von ran? Ja, kanns ... Du kannst nur aufmachen. Wenn die Messe. Oh shit. Äh, lololololololol. Verbot! Ja, Mann. Vorwand. Hallo, ich will ja noch durch. Komm jetzt zu mir. Und zwei, es sind vier Mann. Ja. Wie passieren den Diffuser? Ist jetzt passiert? Wer noch ist drinnen? Der Rest ist draußen. Also außenhalb des Wands. Oh, der ist weg! Oh, lol! wonach ich eh. What the fuc! Also ... Ein ganzes Verteidigerteam ist kurz. Manus hat mich gefötet. Wow. Tut mir leid. Martin, nix Versluenza wird. Warum ist eigentlich keiner gekommen? Also, das hätte... Wie hieß die andere? Cavera? Ivera? Es. W-Wat? Hey, schon nennen wir die... Blackbit hatte keiner, ne? War Esch nicht... War Esch? Hat er Esch überlebt? Esch war Esch und es hab ihn überlebt. So, und wer war der Letzte? Was haben wir noch für den Gegner für den Teammake ab gerade? Rook. 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 Ja, was können wir noch nehmen? Views haben wir noch, ne? Es gibt 6 Leute noch. Views haben wir noch. Äh, 7 Leute gibt's noch. Ja, fangen wir gleich einfach von vorne an oder spielen wir da noch noch Rekruder? Nein, es gibt doch noch ein ganzes Verteidiger-Team. Nein, aber bei Angreifen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzubringen. Angreifen? Sind wir doch gerade. Wenn's irgendwann 2-2 steht, ist es wieder resettet. Boah, das ist ja langweilig. Wieso langweilig? Wir haben jetzt ein ganz anderes Team. Wir haben schon mal Mute. Ne President. Wir sind da, wo wir vor uns Ausbrüder waren. Ich hätte doch gesagt. Weiß ich nicht. Doch. Wurde gewählt, um zu lenken. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Das ist doch den Jammer. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Einhaltlich. Zwei sind auf jeden Fall noch im Raum drin. What's it? Nicht mehr. Wo sind die die Scheiß? Nimm mal einer, den die Füße mit... Da ist sie. Nicht schnell mehr. Eine Hochumfahrung mit der Türströmung. Kannst du mal die Drohne rein? Kann dir jemand... Ja. Oder liegst du rein? Mit der Drohne? Sag mal an. Ich sehe hier im ersten Raum schon mal nichts. Vergesst nicht die Kamera. Hier ist einer drin in dem kleinen Raum vor euch. Wo, wo, wo? Ja, vor Sachse. Da hinter dem Schrank. Er rennt raus. Hab ihn. Manus hat ihn. Cavera ist unterwegs. Meine Drohne ist jetzt halt weg. Deck nach unten ab. Cavera ist hier irgendwo unterwegs. Kannst du die Füße wieder droppen, sagst du, wenn du willst. Jetzt hat dies hier reingelaufen. Geh mal ganz kurz Deckung. Ich fahr meine Drohne noch mal weiter. Manus. Ja, ja, ja. Meine Drohne ist weg. Könnte hier drin sein. Hier rechts was? Wurden entdeckt. Hat sie. Aber unten sehe ich auf die Schnelle nix. Weißt du, hier ist nix. Warte mal, ich könnte die Wand hier aufmachen. Komm mal her, Uli. Oh, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Vorsicht. Ich bin drin, Uli. Vorsicht, ich höre C4. Dann könnt ihr rein. Ab einen. Sehr gut. Mach auf. Ab einen. Habt ihr irgendwo offen? Ja. Ab B. Bombe B. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ah ja. Ah ja. Letzter verbleibender Gegner. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Wo? Ah ja. Ja. Ja, das ist jetzt die Frage. Ah ok. Kann das alles noch lauter sein hier? Ach man, ich wusste, dass er da steht. Man hat gehört, dass er links hinter der Wand ist. Das ist doch klar. Hab ich nicht mitgekriegt. Ich hab nur ständig was gehört. Ich war mir noch nicht sicher. Vor allem. Der kommt gleich um die Waffe. So. Das heißt, haben wir jetzt noch irgendwas verfügbar da? Ja. Der Angriff ist gleich wieder zurückgesetzt. Ok. Hatten wir Blitz eben? Äh Bandit. Der Bandit hat schon. Das ist weg. Doch hatten wir. Kapkang glaube ich noch. Ja. Ah ok. Castle noch. Ja. Castle ist scheiße. In Kombination mit Mute nicht. Castle ist scheiße. In Kombination mit Mute nicht. Castle ist scheiße. In Kombination mit Mute nicht. Hm, der Wollab ist gestrichen. Raus mit Gamesco. Kommt einer im Hammer und Holger. Das Fenster weg. Folge kommt doch schon während der Gamesco. Ja. Und ja ist nicht stimmt. Nicht mal ruhm dicht. Eine Drohne. Zwei Drohnen. Drei Drohnen. Oh. Fuck. Was? Alles gut. Nööööö. Ich weiß, dass du die Wand hättest noch abbrechen können. Ja, ich habe aber erst gesehen als kam, dass ... dann das Ding abkriegt. Fünf Sekunden. Geht hier jemand rein in den Raum, wo die Suche ist, Ball? Der Gegner hat eine Worte loganisiert. Macht euch angriffsbereit. Zugangsbereit. Lasst bereit! Abstand halten! wo denn schießt doch noch ein loch rein die sind hinten wo sind bei uns gespawnt dahinten bei einem gebäude da ja einfach mal markierst du also bei dem kanten kennst du was ja ich habe nur gesehen dass seitengasse die dinge kaputt ist oooohh Fuse ah nicht Fuse wo wurde manus getötet im Fenster manus die kommen am Fenster weißt du noch von wo er getötet wurde weil er hat doch den Refrag glaube ich geholt da ist ein Schild, ein Montage ist da direkt vor ein Blackbeard? ne was ist das? warum kriegt ihr den nicht kaputt? da vielleicht ein Schild hat jetzt habe ich ihn war aber nur das last Schild steht da immer noch wenn ihr eine Granate oder C4 habt dann werft es raus aus dem Fenster da das ist doch schein keine Chance da hinzukommen ich mag öffnen sie ich mag öffnen sie ich schild... Montage ist drin nur noch ein gegner übrig hier letzter alle sind durch das scheiß fenster jetzt haben wir wieder alles jetzt müssen wir unser bestes team wir sollten vielleicht wir sollten vielleicht beim nächsten mal nicht in der ersten runde die besten also so gemischt zwei gute drei semi gute oder sowas damit man immer ein paar hat ja oder wir machen für einzelne leute dass man nur pro runde immer einzelne leute dann wechselst du halt einmal das ist ja keine große kunst nein ich meine generell ja bist du komplett auf die setze ich versuche zu markieren ne so ist schon interessant aber am ende weg sind wir trotzdem nur ich spiele jetzt schon wieder fledge ja hätte aber auch anders ausgehen können nein da ist ein schemmer da ist ein schemmer wir gehen hier um die zweite runde um die b-mannschaft die andere bombe noch die andere bombe noch glaub er nicht dort 10 sekunden bis einsatz 5 sekunden bis einsatz entschärfer wurde zurückgeholt bombe gefunden gelangt zu ihrer position ja das ist ja ey der ist ja draußen warum geht die raus ey lol was hat denn der jetzt draußen gemacht wollte halt direkt ein kilo holen wer war denn das war das auch gelieft die person ok nein die nein das war kapitao hier oder wie der heißt ok we are ok we are hat die schon wieder drin die lebt noch ja ja der ist wieder rein die person ist in der runde davor gelieft ja die liegt hier bei mir ist die bei mir ist die hinten links ist kapitao ich bin kapitao camp da oben wie cool gecheckt worden ja hab sie scheiß muting das war das black eye ach hier ist da immer noch ne kamera hab sie black eye black kameras nummer 1 ich bin drin im bomb ihr könnt bei kundern kommen her plant die hier in der ecke hinter mir laden ab brauche deckung ich bin bei A drin sag was sagst du ja hier sind überall löcher ja hier sind überall löcher er kommt hinter mir hier links am praktisch hinter die early sehr gut mvp würde ich sagen ja der war ja auch der war schon tot als ich ihn erschossen hast haha wo ist mein geiler helm da rechts iron man da ist meine tolle maske hier oh nice deine auge ist doch zu ja der hat ja eine augenklappe sonst der helm ist geil meine maske sieht so bescheuert aus so das war mal ne runde mit einer neuen challenge lief jetzt nicht ganz optimal aber gewonnen aber trotzdem Leute wenn es euch gefallen hat machts gut bis dahin und ciao tschüss 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 tschüss